So, jetzt zu dem Punkt, warum wir eigentlich hier sind. Liebe Leute, ich bin begeistert, so viele Leute hier zu sehen, die heute auf die Straße gegangen sind, trotz der Kälte und trotz der frühen Stunde. Das ist einfach super. Vielen Dank. Wir sind heute gemeinsam mit vielen 10.000 anderen Menschen in ganz Europa aufgestatten, um gegen die Machtergreifung multinationaler Konzerne zu protestieren. ACTA, das Anti-Counterfeiting-Trade-Agreement, stellt eine Kriegserklärung dar an die Menschen unseres Landes in Europa und der ganzen Welt. Diese Kriegserklärung stand von internationalen Konzernen, die mit dem Instrument des sogenannten geistigen Eigentums dabei sind, ihre Monopole und ihren wirtschaftlichen Einfluss an den Regierungen, am Volk, an der Rechtsstaatlichkeit und an der Gesetzgebung vorbei, auf die ganze Welt und den gesamten Lebensbereich der Menschen auszudehnen. Sie kommen mit ihren Koffern voll Geld zu den Politikern, fertig ausgearbeitete Gesetze im Gepäck, die sie den sogenannten Volksvertretern in geheimen Runden hinter verschlossenen Türen präsentieren. So lässt sich die Industrie derzeit in einem Instrument genehmigen, mit dem sie an der nationalen Gesetzgebung vorbei, an den Gerichten und der Strafverfolgung vorbei, direkt auf Bürger und Vermögen zugreifen wollen. Es soll eine Konzern-Stasi entstehen, die zugleich Polizist, Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem ist. Und das alles in privater Hand, auf Seiten der sogenannten Rechteinhaber. Dazu dürfen sie sich ungehemmt aller Mittel bedienen, die ihnen sinnvoll erscheinen. Sie dürfen sich der Polizei bedienen, sie dürfen sich der Internetzugangsprovider bedienen, sie dürfen auf Vermögen zugreifen, auf Dienstleister aller Art. Das Ziel ist die Maximierung der Profite. Man möchte die Wertschöpfungskette maximal kontrollieren, möglichst bis in unser Zuhause, bis in unsere Privatsphäre rein. Man möchte über das Vehikel des Patents, der Marke, des Geschmacksmusters, alle Arten von Produkten, Gütern, ja selbst Konzepte und bloße Ideen schützen und deren Verwertung durch Dritte verhindern. Man will Monopole zementieren und deren Wirkung maximieren. Und wohin Monopole führen, das können wir jeden Tag in der Zapfsäule oder in der Apotheke spüren. Monopole verhindern den Wettbewerb. Sie behindern Bildung und Kultur. Sie behindern Wissenschaft und den Fortschritt unserer Gesellschaft. Es ist doch eine Pinzenweisheit, das Forschung und Kunst auf bestehendem aufbaut, um ihnen so etwas Neues hinzuzufügen. Genau dieser Prozess wird aber mit dem Kampfbegriff des geistigen Eigentums gestört. Indem man bereits Ideen und Basisstoffe schützt, monopolisiert man ganze Produktbereiche und ganze Entwicklungslinien und wird diese mit Hilfe von ACTA gnadenlos ausbeuten und jede unerlaubte Benutzung verfolgen und verhindern. Sie wird Produkte und Dienste teurer machen, als das notwendig wäre. Für manche zu teuer, um sie sich zu leisten. Künstliche Nachahmungen werden verhindert, um damit zum Beispiel Generika zu verhindern. Ich prophezeie euch, in der dritten Welt werden genau deswegen Menschen sterben, dass sie sich die teure Originalmedizin nicht mehr leisten können. Man stelle sich vor, der Erfinder des Automobils hätte ACTA zur Verfügung gehabt, sein Konzept damit zu schützen. Eine Automobilindustrie würde es gar nicht geben, sondern ein Automonopol. Und nur eine Minderheit hätte überhaupt eine Chance, mal jemals ein Auto zu besitzen. Mehr davon. ACTA gefährdet die Meinungsfreiheit und Privatsphäre. Durch die vorgesehenen Instrumente zur Überwachung digitaler Kommunikation werden sich die Menschen scheuen, die Wahrheit zu sagen. Unternehmen können missliebige und ungewünschte Informationen mit den Instrumenten von ACTA zensieren und unterdrücken. Dazu brauchen sie kein Gericht und keine Polizei. Sie können das einfach so nach den in ACTA niedergelegten Regeln, ohne Kontrolle und ohne Gegenmitteln. Es droht uns eine innere und äußere Zensur, auch welchen Ausmaßes. Wir kritisieren den Entstehungsprozess dieser Verträge. Wie kann es angehen, dass Firmenvertreter und Lobbyisten hinter verschlossenen Türen Privatverträge mit Regierungen aushandeln, die erst nach Abschluss mehr oder weniger zufällig bekannt werden und dann von den gewählten Repräsentanten des Volkes abgenickt werden sollen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Es stellt jede rechtsstratliche Gesetzgebung auf den Kopf. Es ist eine Unverschämtheit, dass Lobbyverbände ihre Interessen so dreist und rücksichtslos durchsetzen, ohne dass die betroffenen Völker und Menschen eine Einflussmöglichkeit darauf haben. Wir stehen hier heute in der Kälte, um uns gegen diese neue Weltordnung aufzunehmen. Konzerninteressen dürfen nicht über Menschenrechten stehen. So bereitet, geistiges Eigentum darf nicht richtiger sein als unsere Freiheit, unsere Gesundheit, die Bürgerrechte und unser gesellschaftlicher und kultureller Fortschritt. Denn wenn wir hier schon den Eigentumsbegriff verwenden, was steht in Artikel 14 unseres Grundgesetzes? Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Nie war dieser Satz so wichtig wie heute. Auch ein sogenanntes geistiges Eigentum darf nicht nach Gutdünken verwendet werden. Es ist schlichtweg verfassungswidrig, es gegen das Wohl der Allgemeinheit zu versetzen, verwenden. Aber genau das wird geplant. Und wir werden das verhindern. Auch da darf im europäischen Parlament nicht ratifiziert werden. Die nationalen Parlamente müssen ACTA ablehnen. Die Regierungen müssen ACTA unverzüglich kündigen. Und den Umweg der Neutralisierung von müssen verlassen. Danke. Danke.